Okay, das ist Flökswin, eine 6-jährige Islandstute, ebenso wie die Seiter auch aus Dänemark. Auch bei ihr ist der Großvater, väterlicherseits, Rappfrau Holzmulli. Ihr Vater Djaugni, ein Hengst, der zur WM, ach ich mach doch so sehr unbeschickt irgendwie alles hier. Zur WM Österreich, für ich dann mit nach Deutschland kam, und dann nach Holland ging. Damit krieg ich gerade die Füße nicht sortiert. Und ja, jetzt machen wir ganz viel Quatsch, weil diese Stute ist jetzt gerade im Moment so wenig glaubhaft. Jetzt überschluss jetzt. Wie das klingt. Die ist gerade im Moment hier angeliefert worden. Ich habe das Pferd noch nie gerettet. Und habe mir nur vom Vorbesitzer sagen lassen, wie sie zu reiten ist und wie sie geht. Und was da passiert, werden wir gleich sehen. Das ist nichts zu fressen, das sind Steine. Wahrscheinlich hat es beim Vorbesitzer nie was zu fressen bekommen. So sieht es doch aus. Okay. Und ja, auch sie ist eine Stute, die ganz ähnlich der Seiter ist. Seiter ist ja ihre Schwester. Seiter die Fuchsstute, die wir eben gesehen haben. Mit diesem schönen, spulenden Turt. Und so ist es auch, so ist es, so soll es auch bei ihr sein. Das hier bei ganz viel lockeren Turt verfügt. Schönen Trab hat. Bisschen Pass ansetzen. Ja. Lassen wir uns überraschen. Alles Weitere erzähle ich Ihnen dann, wenn ich geritten habe. Denn mehr als das, was ich jetzt gesagt habe, weiß ich nicht. Hey, 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 kannst du mal hierbleiben? Wenn man so einen ängstlichen Chef hat, dann muss man immer in der Nähe bleiben. Okay. Okay. Gut. Reiten wir rechte Hand an. Bisschen arg hoher Rücken im Moment. Das ist natürlich auch ein bisschen doofe Situation. Jetzt gerade aus dem Hänger ausgeladen. Und dann schon hier losreiten. Also ich muss schon jetzt so ein bisschen die Beine weghalten. Und mal gucken, wie das alles hier so wird. Das wird irgendwie komisch im Moment. Ich glaube, wir müssen unser System doch ändern. Und ein paar Bilder rausschneiden. Oder? Wir werden es sehen. Lass mal anlaufen. ein bisschen arg verspannt. Das war sie jetzt gerade im Schritt auch. Vielleicht machen wir einfach in vier Wochen nochmal ein paar Aufnahmen. Oder geben wir einfach mal eine Runde oder zwei Zeit, um sich schon ein bisschen zu lockern. Oh, jetzt lasse ich mal ein bisschen freier gehen. Das ist nach wie vor so ein bisschen steif. Ich versuche es einfach durch Tempounterschiede, sie so ein bisschen zu lockern. Ruhig mal ein bisschen lang werden lassen. Aber mit Sicherheit wäre es auch sinnvoller gewesen, vor diesen Aufnahmen, die sich einfach nur so per Zufall ergeben haben, mal ein paar Mal ins Gelände rauszugehen, mal einen Berg runter, Tackler töten zu lassen. Aber jetzt wird es ja schon besser. Jetzt entspannt sie sich ein bisschen. Jetzt wird der Rücken auch was normaler. Muss man ein paar Tage sich hier eingewöhnen, wo man insbesondere auf den Takt gut achtet. Und das mal im Gelände macht und dann guckt man weiter. Aber schöne Ansätze sind auf jeden Fall da. Ich probiere jetzt einfach mal irgendwie schneller zu reiten, mal gucken was da rauskommt. Das war nicht so viel. Oh. 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 also passe ich im moment noch kein alles daran blödsinn jetzt passt zu probieren wenn das fährt nicht locker genug ist da kann man auch nicht erwarten dass dann ein lockerer feier rennpass rauskommt aber wir haben einen ersten eindruck von dem pferd und denkt mal wir sehen es seine vier wochen wieder und dann ist ja vielleicht auch ganz interessant zu sehen wie sie dann geworden ist wichtig ist dass man lockerer wird und sich hier ein bisschen eingewöhnt aber sicher ein schickes pferd und eignung wofür all diese dinge die kann und möchte ich jetzt noch nicht sagen weil da kenne ich einfach das pferd viel zu wenig um da etwas fundiertes sagen zu können okay